Unsere Welt ist im stetigen Wandel. Im Moment so schnell wie selten zuvor. Das spüren wir alle. Wir hören Begriffe wie Transformation und Digitalisierung. Neue Technologien kommen, alte gehen. Wir müssen uns ständig anpassen. Der Druck steigt. Das bringt uns aus dem Gleichgewicht. Doch hier, in dieser Region, sehen wir besonders gut, dass es auch anders gehen kann. Wir können diese Veränderungen selbst gestalten. Darin liegt auch eine Chance. Wir wollen den Wandel sozial gestalten, im Einklang mit der Natur, die uns umgibt und den Werten, die uns wichtig sind. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Gemeinsam. Das bedeutet, die Zukunft nachhaltig verändern. Mit einem Blick auf die Generationen, die nach uns kommen. Die IG Metall lässt euch dabei nicht allein. Wir lassen euch nicht alleine. Die IG Metall Offenburg übernimmt Verantwortung für die Menschen in unseren Branchen. Die Transformation ist da. Wir haben den Anspruch, diese gemeinsam mit euch zu gestalten. Für euch, für eure Betriebe, für eure Arbeit. Wir stehen für Sicherheit und Perspektive. Das ist Gewerkschaft. Gestalte mit uns gemeinsam die Zukunft unserer Region. Du, ich, wir. IG Metall Du, ich, wir ja alle alles im Du, ich, wir. Du, ich, wir. Du, ich, wir. Du, ich, wir